Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir suchen mal wieder fleißig eine Lobby. Der bescheuerte Killer wollte nicht mit uns in einer Lobby sein. Ja, kurz gucken. Level 14, Level 9, Level 15. Okay, die sabotieren alle Haken. Ich werde keinen vom Haken holen können. Wenn die alle den Sabotage-Pöck drin haben, wird da nichts mehr zum Runterholen sein. Und in den Keller werde ich sicherlich nicht gähnen. Obwohl, ja, dann habe ich die Daily auch hinterher. Aber so viel bringt die Daily ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, die brachte nicht so viel. 5.000 oder so? Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Naja, wieder den Autoschrottplatz. Er ist mein Lieblingsmerk. Ganz ehrlich, es gibt nichts Geileres als diesen scheiß Autoschrottplatz. Ein Geiler PS4 Wie ist er? Ihr seid? Geileres 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 율 Am geilsten ist es, wenn man die zum Tor hin relativ am Anfang macht. Da ist er direkt zum Nächsten gelaufen. Da vorne läuft er. 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 Da wird er das Tor öffnen. Mein Plan für heute. Da vorne läuft er. 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 Ich geh trotzdem mal hin. Vielleicht ist der doch nicht am Campen. Ja, er kämmt. Haben wir hier noch irgendeine Truhe, die wir noten können? Oh! 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 Das ist nicht gut. Wir versuchen was noch mal. Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ich hoffe, der andere Typ schafft es auch noch. Der steht an der anderen Seite und er wartet darauf, dass jemand vorbeikommt und ihn heilt, aber wir sind beide oben raus und nicht da unten. Doch, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen... Hier ist ja noch die Hedge-Nähe. Also wenn ich jetzt abkratzen... Hier 10 Stunden später. Du kriegst doch sowieso nix mehr, oder? Escape Chased. Der denkt richtig gleich, wenn du so verrätig bist. Jetzt geht er endlich raus. Danke. Ja. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht, glaube ich, es dann mal jemanden vom Haken runterzuholen. Aber ich glaubte ja nicht. Trotzdem vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.